Also wir können es über Steinwerkzeuge jetzt machen. Technischer Fortschritt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Also ich fühle mich gerade so gut, wir haben so lange dafür gearbeitet und endlich hat es geklappt. Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Level Up mit dem lieben Nilo, hallo. Hallo und auch mit dem lieben Baumstalki dabei und heute ist ja wie versprochen, haben wir es euch gesagt, der Cobblestone Generator endlich, wir haben uns lange informiert, wir haben lange auf dem Singleplayer rumgetestet, wie wir es bauen können. Jetzt werden viele natürlich sagen, was ihr macht ist schwachsinnig, aber wir haben so lange es gebraucht, um dieses Cobblestone zu bekommen und es geht irgendwann echt auf die Nerven und wir wollen einfach nur Cobblestone jetzt erstmal haben und Lava können wir danach uns eh nochmal machen, heißt wir können danach nochmal einen richtigen Cobblestone Generator machen. Wir werden jetzt einen ganz simplen und einfachen machen und ja, bitte beschert euch jetzt nicht, ich weiß jetzt schon, was viele sagen werden, oh es geht viel besser und viel nützlicher, aber wir machen es einfach so auf die Art und das denke ich mal, wird es erstmal das einfachste sein, weil ja, so viel Cobblestone zu fahren schaffe ich nicht und ja. Ja und was ich auch noch sagen wollte, solltet ihr schon irgendwas geschrieben haben mit, ja macht auch das und das oder macht auch das und das, wir konnten noch nicht darauf eingehen, weil zu dem jetzigen Zeitpunkt haben wir die Kommentare noch nicht gelesen, weil wie gesagt ja alles vorproduziert ist. Da müsst ihr immer dran denken, dass es nicht alles so, dass wir es jeden Tag neu aufnehmen, sondern das ist wirklich alles vorproduziert und wir haben jetzt hier 14 Cobblestone. Ich will mal schauen, ob es sich ausgeht, warte, ich fange mal an mit 1, 2, 3, 4, genau, dann so zack, dann wieder 1, 2, 3, 4, zack, dann muss ich den Boden auch noch so machen. Ja, scheiß aufs Holz, wir haben genug. Ja, perfekt, dann haben wir hier daneben nämlich auch so ein Ding, oder? Warte, nein, tacke, ich muss den jetzt irgendwie retten. Moment, ich habe eine Idee. Oh man, wir haben es doch vorher durchgeplant und jetzt kommt sowas, oh. So zack. Ich baue auf der linken Seite ein bisschen ab, geh, also das war es so, yeah. Oh man, ich wollte das extra nicht machen, also ich nichts kaputt mache, Leute. Wisse Leute, ich muss immer die Schweinsarbeit machen und dann hängt das nicht auf, wir schaffen wollen. Das Ding ist, man muss aber erst die Lava planten, weil wir können die Lava ja nicht aus dem Eimer geben, oder doch? Ja, ja. Okay, das ist nice. So, zack, Achtung Nilo. Naja, ich bin hier oben. Sicher so gemacht. Ja, so dann. Warte, wo war das Loch nochmal? Vorne, hier vorne gleich, also. Ja genau, so. So, genau. Perfekt. Hast du alles dabei, hast du das Lava schon dabei? Äh, nee, ich hole es jetzt mal. So. Alter, ich hoffe es passt alles, ich hoffe es wird alles klappen, Leute. Ich scheiß mir gerade in die Hose ein bisschen. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute, weil es ist Wasser und Lava, da haben wir so lange gearbeitet. Wenn das jetzt in die Brüche geht, das wäre so schlimm. Wie war das, also hier das Lava, ne, genau, hier. Ja, und dann auf der Anseite das Wasser, genau. Dann hole ich es jetzt schnell. So, zack. Ja. Ja, ja, ja. Perfekt. Warte, ich baue mit dem Hammer das ab, dann kriegen wir vielleicht nur Sand, aber das müssen wir gleich mal schauen. Und? Ja, ja genau, und jetzt da vorne ist der regulärte Ding. Okay, jawohl, jawohl, jawohl. Ja, ist ja perfekt, würde ich sagen. Ja, klappt, perfekt. Nice. So gut, wir haben jetzt einen schönen... Warte, ich muss noch mal einen Spitzer gecraften. Ja, perfekt, wir haben den... Wir haben es echt geschafft, wir haben es echt geschafft. Ein Megaschritt. Warte, wir können ein paar Sachen in der Achievement Book abhaken. Nämlich, einmal, Make, Tinkers, Construct, Tools, das haben wir noch nicht, Bone of Flint, Make, Clay, was, Clay, genau, Barrel, das haben wir, Waterfilled, Barrel, genau, das haben wir schon. Also, wir haben, äh, Dust in Barrel rein getan, da haben wir Ton draus bekommen. Craft and Cook and, haben wir auch. Heat haben wir auch. Und Builder, Kabel, Submitator. Eigentlich müssen wir nur mal, äh, Flint, das haben wir aber auch gleich. Könnten wir tödlich eigentlich auch schon abhaken. Make, Darkroom, 25 blocks away from your base for spawning mobs and getting loot. Hey, wir haben das neue Zeitalter erreicht. Wir sind im Steinzeitalter. Ach, echt? Ja, wir haben das neue Zeitalter erreicht. Nee, wir haben ja noch nicht Make, Tinkers, Construct, Tools, überbauen. Ja, okay, wir haben es noch nicht erreicht, wir haben es noch nicht erreicht, okay. Das haben wir aber auch gleich. Wir schaffen es noch in der Aufnahme, würde ich mal so sagen. Heißt, wir müssen ja nun mal, äh, 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 Flint oder so besorgen, denke ich, oder? Was? Ja, wir müssen irgendwie so Waffen machen, als Bone of Flint. Warte, eigentlich muss ich doch hier aufbauen. Hier muss man es aufbauen. So, und dann muss man es abbauen. Warte, 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 bevor du dahin gehst. Bevor du dahin gehst, Kollege, warte, warte, warte. Ich habe so Angst, dass hier was abbrennen wird. So, so muss man es nämlich machen. Zack. Hm, irgendwie, ich weiß, irgendwie funktioniert es noch nicht richtig. Manchmal, ich habe es halt so eine billige Kabelsornfarme, aber die wird das mal am Anfang reichen. Danach kommt noch eine bessere. Boah, alt, wir haben eiskalt die Kabelsornfarme. Ich bin gerade so glücklich, das glaubst du gar nicht. Weil irgendwie müssen wir das ja craften oder mit Flint irgendwas. Was steht da genau drin? Make Tinkers Construct Tools from Bone. Ja, Tools. Also wir sollen welche machen. Tinkers Construct. Okay. Hm. Ja, gut. Damit haben wir noch nie was zu tun. Ah, Flint Tool Rod. Ah, Moment mal. Ich guck mal, wenn ich jetzt hier das Knochenmüll nehme. Also wir können es über Steinwerkzeuge jetzt machen. Technischer Fortschritt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Alter, ich fühle mich gerade so gut. Wir haben so lange dafür gearbeitet und endlich hat es geklappt. Endlich hat es geklappt. Endlich hat es geklappt. Yes, yes, yes. Yeah, 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 yes. Ähm. Was fühlt sich so gut an, Leute? Das glaubt ihr gar nicht. Das tut sich so gut, einfach der Boss zu sein. Wirklich. Einfach hier zu sagen, hey, wir haben einen... Wir haben... Alter, ich fühle mich gerade so gut. Das glaubt ihr, die ganze Zeit zu farmen. Die ganze Zeit, Leaves abzuhacken. Das in den Kompost. Das dort dann. Äh, sieben. Dann das wieder zerkleinert. Dann das sieben. Und dann... Oh, Leute, das ist eine Hölle gewesen. Ja. Das tut gar so gut. Das tut gar so gut, Leute. Ach. Man fühlt sich wie der King. Und das ist jetzt richtig geil, dass wir jetzt im... Äh, im Steinzeitalter sind, weil ich bin ein Höhlenmensch, wer wisst. Noch nicht, noch nicht. Ja, beziehungsweise bald. Und da werde ich mich nämlich richtig freuen drauf. Ja, weil er ein Höhlenmensch ist und im Steinzeitalter geboren ist. Vielleicht hast du seine Familie wieder, wer weiß. Ja, Mama, Mama, ich vermisse dich so sehr. Und ich vermisse deine Brust, an der ich nur gründen kann. Och, der ist diese Dorki. Jetzt fliegst du so runter auf der anderen Seite und ich würde auslasten. Leute, ich würde so durchdrehen hier. Ich tue mal alles ein bisschen so durch Kabel ersetzen. Also bitte laufe noch nicht direkt zu mir, weil hier sind jetzt gleich Löcher in der Bude. Okay. So. Was für dunkle, ey. Ja, das ist nämlich echt gut, wenn wir das mit Kabel ersetzen, weil sonst wird das hier ziemlich riskant. Nee, das wollen wir wirklich was abbrennen. Wir kommen nächsten Part rein, dann wollen wir brennt hier alles ab. Das wäre... Alter, ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich glaube, ich würde echt verzweifeln. Es ist gerade richtig dunkel hier. Es ist gerade richtig dunkel. Ich habe keine Fackeln mehr. Hast du noch nicht die Helligkeit auf hell gestellt? Ich glaube noch nicht. Warte, Optionen? Grafik anstellen? Doch, ich habe auf hell im Plan. Aber der Shader macht halt bei mir sehr dunkel, das ist das Problem. Achso, du spielst ja mit Shader, stimmt. Ja, ich werde mir demnächst auch noch einen Shader holen. Aber dann erst wieder, wenn ich zu Hause bin. Ah, Leute, bei mir hat es das geleckt irgendwie. Ja, du stehst auch gerade nur bei mir. Aber jetzt bewegt sich wieder. Ja, ja. Wobei mir leckt es gerade? Oh, oh. Ihr seht es gerade in der Aufnahme. Bei mir hat es gerade irgendwie geleckt. Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder am Server. Kann gut auch an mir gelegen sein. Ich weiß es nicht. Gerade irgendwie vielleicht in der Probleme oder so. Oh, geil. Leute, das ist jetzt einfach nur mega an. Mega. Nice. Jetzt können wir auch viel, viel schneller Dings abbauen. Und das heißt, theoretisch für uns, wir können schneller Bäume abbauen. Das heißt, wir können auch schneller Erden. Wir können auch schneller Eisen bekommen. Das heißt, wir können auch Scherendamm bauen. Wir können Eisensachen bauen und so. Wo, Leute, wie es abgeht. Wir können die Steine jetzt zu Bruch, also die Bruchsteine zu sanden und so. Wir müssen einfach diesen einen, dieses einen großen Shit mit diesen Bäumen und diesen Leaves und Kompost und so haben wir alles übersprungen. Mega. Bis die Bäume gewachsen sind und alles. Das ist Jahre, das dauert Jahre, Leute. Glaubt mir. Ja, genau. Das hat einfach gedauert. Das ist nicht mehr normal. Aber jetzt haben wir wenigstens, wie ihr schon seht, müssen wir jetzt nicht extra wieder Erde farmen und daraus dann Steine machen. Sondern haben wir jetzt eben direkt schon die Steine und jetzt können wir eben hier, zack, jetzt haben wir hier schon Sand. Danach haben wir gleich das Ding und dann können wir uns eben Eisensachen machen. Und dann mit Eisensachen geht es eben noch schneller und irgendwann sind wir dann schon im Zeitalter 2025 und haben unser Ziel erreicht. Und dann kann ich glücklich sterben. Oh Leute, das ist gerade so, ich glaube, das ist gerade so, ich glaube, das ist gerade so, ich glaube, die Leute denken so, hey, seid ihr behindert, was ist mit euch los? Für uns ist es gerade einfach so ein Riesenerfolg, immer in so einem Ding festzustecken. Das ist einfach eine Depression, in der man feststeckt und einfach übel. Kann man sich eigentlich einen Steinhammer auch bauen, oder? Geht das? Ich glaube eigentlich schon. Steinhammer, ja, ich glaube schon. Natürlich genauso wie dem. Ja, genau, ein Steinhammer, perfekt, weil dann kann ich die Steine noch schneller zerschlagen. Nice. Nice. Achso, ich habe gar keine Steine mehr, ich schlaue. So. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon die letzte vorproduzierte Folge. Ja. Nach können wir wieder eure Kommentare lesen. Also schreibt auf jeden Fall fleißig rein, welche, ähm, quasi Cobblestone Farms am besten sind oder am effektivsten für uns. Also, und da wäre es irgendwie am coolsten, wenn alle drauf einmal farmen könnten. Also wir lesen uns immer eigentlich alle Kommentare durch, also da könnt ihr euch sicher sein. Auf jeden Fall. Viele denken, ja, wir lesen keine Kommentare, aber wir lesen alles. Ja. Ich leck vielleicht gerade ein bisschen auch bei dir oder kann gleich lecken. Also ich weiß nicht, ob es von mir gerade los ist. Kann, äh, Internetprobleme sein. Kann alles mögliche sein. Deswegen sollte es einen Leck geben, tut mir sehr leid. Ich kann dagegen nichts gar tun. Also bei mir leckst du noch nicht. Noch. Noch. So. Alter, wie schnell es einfach geht. Es ist unglaublich. Hast du vielleicht ein bisschen Essen für mich? Ich habe einen Apfel und dann habe ich noch gepratene Würmer. Nein, ich kann das nicht tun. Aber ich habe nochmal zwei Hungerkollen. Nicht, dass ich gleich Schaden bekomme auf ein halbes Herz und dann fliege ich irgendwie runter. Unglücklich. Der ist sehr traurig. Vom jetzt zu vorm Ende, ey. Wir haben echt jetzt fast ein Zeitalter geschafft. Jetzt musst du dich entscheiden, Nilo. Die Würmer oder dein Leben. Ne. Mein Leben würde ich eher mal hergeben. Ich bleib dir jemandem treu. Jetzt seht ihr es mal in den härtesten Situationen. Das ist echt nicht mehr normal. Okay, wir haben noch ungefähr drei Minuten. In der Zeit werde ich noch ein bisschen hier den Dust sieben. Und dann gucken wir mal, was wir noch so draus bekommen. Weil zwei Eimer wären auf jeden Fall mal gut. Und aber an sich, was wäre denn jetzt am gescheitesten, wenn wir jetzt nochmal Eisen bekommen würden? Ja, ich schaff's auch einfach so Despo zum Beispiel in die Kommentare. Entscheide einfach mal ein bisschen mit. Und ja, ich bin auch mal sehr, sehr gespannt, so, ähm, was so am gescheitesten jetzt wäre. Gauke ist ja auch noch da. Also der hat ja noch nicht vorpositiv, heißt, er wird vielleicht auch ein bisschen was mit den Gegenständen anfangen können. Und wird da ein bisschen rumbasseln. Ich hoffe, er stirbt nicht, sonst ist alles resettet. Oh Leute, das wird bitter. Das wird bitter. Wir müssen bis zum dritten, achten warten, weil dann ist der World Save der erste. Weil das ist dann der siebte Part, der hochkommt, theoretisch. Also wie gesagt, alle sieben Tage wird ein World Save gemacht. Heißt, am dritten, achten, ist der nächste World Save. Bis dahin muss alles glatt laufen. Ich hoffe es einfach nur. Ich hoffe es. Bitte. So, ich habe, oh ja, schon ein bisschen ein paar Sachen bekommen. Gold Ohr auch. Genau. Aha, ich habe drei Ingots, das heißt, Moment, Copper. Iron Ohr habe ich auch. Gold Ohr haben wir auch. Vier. Nice, nice, nice. Okay, das heißt, mir würde noch ein Iron Ohr fehlen, dann hätte ich ein Iron Dingsbum. Ein Iron Dingsbum. Oh, ich muss erst mal zusammensetzen. Zack. So, gut. Na, ho, ich mir jetzt nochmal ein bisschen Stein, weil wie ihr seht, Leute, jetzt haben wir wenigstens einen Ofen. Wir können unsere Plattform übrigens mit Stein auch teilweise weiterbauen, weil es einfach sicherer ist. Steinwerkzeuge. Aber es wird alles gefährlicher, weil wenn du mich einmal schlägst mit dem Steinwerkzeug, ist es direkt auch Feierabend, ja. Ja. Deswegen, Leute, andere starten mit 10 Hertz und wir starten mit einem Hertz. Das sieht man mal, was wir uns eigentlich da antun. Einfach ein Crank. Nur für euch, Leute. Nur für euch. Oh, nice. Hot Topic. Wee. So, zack. Nice, dann esse ich noch schnell einen Apfel hier. So, hmm. Skystone Dust. Was kann man daraus machen? Ich guck mal. Okay, kann man auch irgendwie schmelzen. Ex Nilo sieve im Moment. Ex Nilo. Ah, da gibt es auch noch. Es gibt ja so viele Sieves, wenn ich da mal auf Sieve gehe. Da gibt es ja ganz verschiedene. Da sind alles die gleiche. Ich hatte gerade ein kurzes Leck bei dir. Also, ich glaube, das war von mir, jetzt kam das. Okay. Ich würde sagen, beenden wir auch jetzt einfach mal die Folge. Wir haben jetzt echt viel geschafft. Ich würde tausend Jahre noch weiterspielen. Seht ihr, wir haben auch richtig Lust, das einfach zu machen. Also, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich bin schon süchtig, ich bin abhängig. Ja, ich bin auch richtig abhängig. Ich würde das Jahre noch weiterspielen, aber dürfen wir nicht. Wir machen es für euch hier alles live. Beziehungsweise live halt für euch aufgenommen. Wir versuchen wirklich so wenig wie möglich offscreen zu machen. Wirklich nur so Farmenarbeiten, die wirklich mega langweilig sind. Oder mal vielleicht dann im Livestream gemacht, wenn du sowas. Auf jeden Fall haben wir jetzt wirklich echt viel geschafft diese Woche. Ich bin echt stolz. Und, ja, Dorki kommt dann auch demnächst wieder vom Urlaub zurück. Und dann geht es wieder auch nochmal weiter. Also, es wird eigentlich kein Part ausgelassen. Es geht immer direkt weiter. Für euch ist immer alles am Anschluss. Bis diese Woche war es halt einfach so, dass wir die Kommentare nicht richtig eingehen konnten. Weil, wie gesagt, die Parts vorputziert waren. Bitte vergebt uns. Aber, ja, sonst hätten wir halt nichts vorputzieren können. Beziehungsweise aufnehmen können, weil der Dorki nicht da wäre. Und, ja. Ich würde sagen Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Und, ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.